Seid gegrüßt und herzlich willkommen meine lieben freunde zu einem neuen video es mich haben ein paar leute gefragt warum streame ich auf twitch und das auch noch für so zehn leute weil es mir spaß macht ja ich habe damals auch gesagt auch auf meinem youtube kanal wenn nicht auch zehn leute auf youtube schauen ist mir das egal ich mache das nur weil es mir spaß macht so ja das dazu es gibt einen neuen song von obla zusammen mit jimbo und diesen song würde ich sehr gerne mich ich anhören so eine sekunde noch mal den einstieg will ich hören das ist jetzt diesmal aber kein drill so wie ich das verstehe mh 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 Ich weiß nicht, wie man diese Grills tragen sollte. Also ich habe einmal versucht, diese Grills zu tragen und irgendwie das gefiel mir überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Leute sowas tragen können. Players! Uh! Irgendwas hat dieser Song, irgendwas gefällt mir sehr an diesem Song, aber ich kann gerade nicht beschreiben, was mir an diesem Song ganz gut gefällt. Aber irgendwas gefällt mir gerade an dem. Ich weiß nicht, wieso, aber Jimbo gefällt mir sehr gut, Alter! Ja, Jony, Dlinny, JJ, Hickey, Hogla, Hillen, Loka, Piter, Ringo, Bimmin, Nina w kaburie, Bottega, Bottega, My s nie Alfa i Omega, Boga, slobaki, sletajt z treka, Kajdejden idu za stekom, Ja sobralo to kak lego, Also der Track fetzt anders, Der fetzt anders, ist gar nicht so schlecht, Ich kann gerade nicht beschreiben, was genau mir an diesem Track gefällt, Aber der fetzt auf jeden Fall ganz gewaltig anders.